Hallo miteinander, ich bin Philipp, ich trainiere bei der Special Olympics im MATP. MATP ist unser Training Activity Program. Es ist für Menschen mit einer ganz starken Einschränkung, weshalb es beim MR oder Special Olympics Programmen nicht teilnehmen kann. Beim MATP trainieren wir ganz einfach an Sabern und wir haben noch einen Wettbewerb. Oftmals noch an der Wassertage, das ist ein Wettbewerb der Wasserdin. Dort findet ihr noch mehr Informationen auf der Webseite. Wir trainieren immer mitmacht vom 1 bis 2. Wenn noch du Lust hast zum Wettbewerb machen, kannst du auf der Webseite informieren oder uns in der Geschäftsstelle anbieten. Das hat meine Frau, die kennen uns dann. Tschüss!